Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von SenderTV. Zu meiner Linken befindet sich Corvinian Engstler und meine Wenigkeit Elias Schwärzler. SenderTV ist ein neues Format, in dem es um Facts, Facts... Ey, wir wollen doch schwäden. Was geht, welcome to SenderTV. Yes, genau so schaut es aus. Wir machen keinen Blödsinn mit News oder irgendwas, sondern bei uns geht es genau um zwei Sachen. Und zwar Ralf an, Ralf an, Ralf an und Spass am. Wir sind heute in Brandertal für die erste Folge und es geht um ein Game of Bike. Elias, du bist local, deswegen fängst du jetzt an. Heimfort. Heimfort. Let's go. Heimfort. Heimfort. Ja. Das ist quer vom 80. Ja Leute, der Elias hat sich jetzt die erste Challenge rausgesucht. Wir fangen an mit einem Drop-In und man muss von der Linie Linie zeichnen, abspringen und über die Steine ins Drop-In. Das ist ziemlich steil, also lieber die Steine nicht ein bisschen. Okay. Los geht's, ey. Elias hat einen Anlauf. Hier ist die Linie. Das ist ein gutes Gap. Schauen wir mal, was geht. Wow. Da habe ich mich angeschissen. Hartes Gap, ey. Okay, Elias hat einmal zurückgezogen. Jetzt jeder hat zwei Versuche. Let's go. Last try. clean, Alter. Ja. War geil. Ja, die Landung ist halt steil. Und das Schild ist ein bisschen mehr einfach. Also. Okay. Jo. Komm, komm, komm. So, beide haben es geschafft. Nächste Runde Korbi ist dran. Alter, fetter Sender haben wir gefunden. Eins, zwei, drei. Okay. Ich glaube, wenn man vorne steht, sieht man nicht mal die Landung. Also. Der Korbi macht jetzt eine Markierung hin, wo man am mindesten springen muss. Machen wir es hier her. Jawohl. Absprung. Und Landung. Jo. Oh. Oh. Aber genau getroffen, gell. Genau da, ja, bisch. Genau da, ja. Fett, aber weit, ey. Ja, muss ja abspringen, gell. Abziehen. Abziehen, auf jeden Fall. Let's go. Alter. Fetter Sender. Bist du ready? Jo. Jo. War's gut? Super, das ist eine tolle Show. Ja. 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 Der ist so geil. Der ist richtig smooth. Ja, Mann. Geil. Nächste, oder? Ja. Ich hab'n Tacho von diesen gefunden. Alter, geil. Und das zeigt, wie weit du auch hoch musst. Also du musst nicht nur runter, sondern du musst auch hoch. Sieht man das? Okay, Elias zeichnet uns jetzt eine Abgrenzung. Im nächsten Leben werden wir einen Berufszeichner. Elias sucht sich seine Line mal raus. Boah, das ist... Sieht ganz gut aus, oder? Ja, das ist so schwierig, weil wenn du da anfährst, du siehst nix. Nix. Hau, wo kommt er? Jetzt tut's fett, Alter. Wo ist der schnell? Weiter. Wow. Alter. Warst du gut weit? Elias war genau da. Veran, weißt du, du musst halt denken. Wir sind mit den Enduros unterwegs. Warum sind wir mit den Enduros unterwegs? Will go down. Ja. Alter, hau her. Jetzt bin ich gespannt. So weit. Korbinian. Elias. Hast du gut gesendet. B und nix. Yes, weiter geht's. Geil. Was denkst du nach? Eigentlich wollte ich manual landing da rein machen. Aber die Platz hat mich gerade auf eine dumme Idee gebracht. Absprung. Normale Landung. Und da unten ist aber nochmal eine Landung. Ich würde sagen, hier wäre eigentlich die Kante. Oder? Also du willst den jetzt echt weit senden. Okay. Bin ich gespannt. Ich glaube, da brauchst du richtig viel Speed. Wie du siehst, oder? Das ist von da hinten. Da hinten. Da her. Okay. Let's go. Okay. Jetzt kommt er. Aber... Nicht geschafft. Alter, zweiter Versuch. Jetzt bin ich gespannt. Weil du bist kurz vor dem Absprung ein bisschen weggerutscht. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Zweiter Versuch. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Joooo. Also, da ist er gelandet. Sieht man. Aber das lassen wir gelten. Das lassen wir gelten. Nicht schlecht. Jetzt bin ich dran, oder wie? Ich bin gespannt. Elia steht oben. SEND IT BOY! Aber ich glaube, er nimmt eine andere Linie als ich. Hat er mal gemeint. Boah, ist ja schnell. Wow! Leiden! Da seht ihr das. Die Folge heißt nicht um so einen Sender TV. Ich hab jetzt Spaß gehabt. Alter, der ist aber richtig fein. Bin ich drüber gekommen? Ja, auf jeden Fall. Du bist da reingesprungen. Neha, glaub ich hätte. Müssen wir auf Freeplay anschauen, aber... Was willst du machen, Elias? So, next spot. Eigentlich ist das jetzt ein Trick für einen Korbi. Absprung. Manual Landing. Dann so einen Surf. Und dann haben wir es eh schon. Geil. Ich lasse mein Fahrrad liegen, gell? Let's go. Der kommt da. Boah, ist gut schnell, ey. Killer. Der war echt perfekt. Hier mit so einem kleinen Scrub sogar über die Welle. Was? Bad. Weiter geht's. Nächster. Also, da unten ist so ein Table mit so einem kleinen Hügel. Und da wäre es geil, ein fetter Nose-Tap drauf. Nose-Tap, okay. Nose-Tap, ja. Aus dem Sprung raus. Let's go. Na, jetzt. Yes! Geil. Fett. So, Korbi. Bist du dabei, um einen Buchstaben zu spielen? Um einen Buchstaben. Okay, um einen Buchstaben. Also, das heißt. Weitsprung. Von hier. Wer weiter springt hier rein. Let's go. Korbi, geht's? Alter. Alter. Tut da was weh? Geht aus. Fussgefährung. Kette gesprungen, oder? Ja. Gute Hartsinfarkt kriegt. Aber ja, bringt nichts. Hauen wir nochmal her, oder? Du willst jetzt nochmal senden? Alter, du gestürter Hund. Aufs Maul gehen und dann weitermachen. Protektion anziehen. Und dann kann man nach solchen Stürzen weitermachen. Yes. So, jetzt bin ich gespannt. Nicht wieder aufs Maul. Das war jetzt da, ja. So. Jetzt hauen wir ihn her. Jetzt hauen wir ihn her. Jetzt hauen wir her. Nach meiner kleinen Einlage versucht es den jetzt nochmal. Boah, der ist schon wieder gut schnell. Der will zu haben, den Buchstaben. Ja. Ich glaub, es war weiter als ich. Fettes Ding. Alter, da strampeln wir sich echt die Lunge raus. Ja. Da oben ist es zäh. Yes. Geil. Next spot. Bi. Und nix. Aber dafür. Bi und dreckig. So, der Korbi hat eine coole Idee gehabt. Manuel hier in die Feldstraße. Hier auf die Vorstraße runter. Und ja, wer länger schafft, der hat gewonnen. Jetzt schnallen wir die GoPro rauf. Und wir waren übereinander. Wer es weiter schafft, hat gewonnen. Let's go. Okay. So. Wir rollen. Auf los geht's los. Okay. Los. Okay. Ah. Ah. Fuck. Da bin ich auf deine Seite gekommen. Gratuliere. Danke. Buchstabe B zu Bi. Weiter geht's. Ich weiß ja, dass meine Tobogen immer mega scheiße ausschauen. Ich mag einen Tobogen über den Sprung. Über den Table davon. Ja, über den Table. Okay, also. Let's go. Tobogen Challenge. Ja, geil. So, was macht der Korbi? Jetzt sind wir gespannt. Try numero due. So. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Yo. Hast du einen Sattel erwischt? Stark. Ja. So. Weiter geht's. Achso. Wir haben hier so einen kleinen Transfer. Ich würde sagen, wir machen da eine Linie. Okay. Linie mit Tabletop. Linie mit Tabletop. Okay. Kreativ. Ja, macht Sinn. Ich finde es aber tatsächlich schon ziemlich weit. Okay. Also. Fang an. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Tabletop muss sein. Yo. Yes. Punktlandung. Da haben wir es. Yo. Der war echt geil. Der war nicht schlecht. Jetzt bin ich dran. Let's go. Tabletop. Into Börm. Ja. Alter. Alter. Hier oben. Ja. Jetzt ein Tabletop. Komm her raus. BI. Ist doch fair. Okay. Jetzt wird es kreativ. Wir fahren da rein. Wir drehen uns um 180 Grad. Fahren da rückwärts. Drehen uns wieder. Und fahren wieder grad weiter. Ab jetzt haben wir eine neue Regel. Es gibt nur noch ein Trial. Ist das okay für dich? Sensationell. Weil den bringe ich hundertprozentig nicht fest. First Trial. Aber geile Idee. Ich glaube das schaut jetzt richtig peinlich aus oder? Du hast auch Klickpedale. Das ist unfair. Okay. Wir fangen hier in Manuel an. Hier ist eine kleine Welle. Eins. Zwei. Drei. Vier Wellen. Na. Jetzt wird sowas das Bike für mich regnen. Jetzt müssen wir ihn irgendwie draus bringen. Schreien. Probieren wir es mal mit Schreien. Das ist wahnsinnig. Nein. Sehr lecker, du sagst. Leute, ich will nicht zu viel verraten, aber ich glaube, das wird das Bike für Elias, also... Und her, hau und her, komm! Ah! Elias, was war das gerade? War das gerade das Bike? Ah, danke Elias! Das ist der eine Scheißversuch gewesen, wo ich ganz klar war, dass ich das nicht schaffe. Elias, das war nicht die letzte Folge. Ich glaube, wir machen noch mehr Challenges. Genau, richtig. Das wird auf jeden Fall ein fettes Ding noch, fette Zeit. Freut euch auf wirklich coole Videos. Bei uns geht es nicht um irgendwelche Klicks. Uns geht es nicht darum, dass es irgendjemandem gefallen muss, sondern wir müssen einfach nur Spaß haben. Und wir reisen herum, machen coole Videos. Auf der Seite, ich habe noch ein bisschen den Preis für dich. Schau mal, das ist der Preis für die allererste Sendertv. Ich gratuliere zum Game of Bike. Das ist ein Wanderpokal. Du frischen Wanderpokal. Der angebissene Wanderpokal. Nächstes Mal müssen wir ein bisschen technischer werden. Und dann geht es ab. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und radios. Aus rein. Ciao. Nachtung piace auf ihn. Die Sendertvokal. Euer istierzаз. Ab ja kommt ein bisschen technisch. iyetern. Vielen Dank.